Das Haus gehört der Mutter meines Auftraggebers. Zurzeit wohnt dort auch seine äußerst attraktive Frau, Lydia. Lydia? Eine Bitch? Sonst noch was, was wir wissen müssen? Ja, ein gewisser Johann frequentiert regelmäßig das Haus. Ich vermute, er ist auch in ihrem Etier tätig. So wie er aussieht, könnte er ein Meister seines Faches sein. Das sind wir auch. Hoffentlich. Ed, Sie werden das Haus tagsüber von hier aus beobachten. Ich bin gerne auf dem Laufenden, wer, wann, woher, warum, zu wem kommt. Meis, Ihre Aufgabe wäre es, Johann fast nötig und schäblich zu machen. Sie finden ihn auf der hauseigenen Yacht im Hafen von St. Ruppe. Wann soll er ausfallen? Warten Sie auf meine Order. Ich gebe hier den Takt an. Ich bin nicht das Thermometer, ich bin das Thermostat. Ich bestimme die Stimmung und die Temperatur und Sie, Sie lesen sie ab. Also wer ist das Thermometer? Wer fährt mich rüber? Wer fährt mich rüber? philosophisch auf która gelegen hat, ihr könnt.